Leute, da ist hier ein Kurztrailer zu dem Hauptfilm Dresden. Ich bin hier in Dresden Hauptbahnhof. Schaut mal, so schaut das hier aus. Wenn ihr mehr über Dresden sehen wollt, hier die ganzen Züge, Bahnhöfe, Straßenbahn und Busse, dann wartet, bis das Hauptvideo online ist, dann könnt ihr das alles schauen. Ich habe hier gerade zufällig so einen tschechischen Zug entdeckt. Der fährt noch weiter nach Tschechei. So sieht das aus in blauer Farbe. Ja, wie gesagt, gleich geht es los in ein paar Minuten vor der Premiere und anschließend dann für euch für immer online dieser kleine Trailer. Da sehen wir schon die Kapazitis mit Überlänge. Was war das, 21 Meter oder so? Steht auch hinten nochmal dran. In Aachen haben wir ja ganz viele gesehen, aber hier fahren auch sehr viele. Schauen wir mal, dass wir gleich noch ein paar, vielleicht schaffe ich ja auch mal welche mitzufahren. Das sieht ja auch gewaltig aus. Das geht da ja drin noch weiter. Da gehen wir natürlich auch nochmal raus. Ja, ich bin noch eine Weile hier. Mal gucken, auf der anderen Seite, da ist glaube ich auch der Durchgangsbahnhof. Da fahren die glaube ich auch durch. Mich daran erinnern zu können. Irgendwas höre ich da. Achso, da oben kommt noch eins. Ja, die fahren glaube ich dann weiter durch. Mal gucken, was das für einer ist. Ja, das Beste ist, ich laufe mal mit euch nach oben, da können wir den noch besser sehen.